Es geht doch noch weiter. Die große Bibliothek ist gebaut. Und wir sind mit Washington eins der wohlgenährtesten Völker der Welt. Hier ist ein Spieler, aber ganz schön unterernährt. Der Staat von Kate Moss. Wir haben eine freie Technologie, die wir wählen können. Ich wähle... Ich wähle meinen Technologiebaum. Und ich würde gerne das Orakel irgendwann bauen. Das heißt, ich mache Philosophie. Als nächstes, ja, hier könnte ich Gold abbauen. Und in zwei Runden kann ich die Mauer bauen. In zwei Runden. Das heißt, ich mache jetzt Stadtmauern. Ich glaube... Brauche ich Stadtmauern dafür? Ich weiß es nicht, aber ich kann trotzdem Stadtmauern bauen. Wenn ich das sage. Gar nicht Stadt. Ne? Ja. Die bauen eine weitere Mine. Wenn die Bibliothek fällt. Ich könnte da auch das Orakel bauen. Rein theoretisch. Ich weiß nicht, ob die Produktion ausreicht. Aber ich könnte... Ja, ihr seid unterwegs. Die hier geistern hier so rum. Da habe ich... Sind wir nicht ganz koscher, die Typen. Und Maschinenbau ist schon fertig. Okay. Dann gehe ich jetzt mal hier rum, um da ein bisschen Aufklärung zu schaffen. Ich will ja wissen, was hier oben ist. Da ist die Wüste mit dem Hügel und da ist irgendwie... Ist das ein Sumpfgebiet dann? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Ich bin hier mit Mailand. Nur noch Freunde. Aber ja. Als nächstes. Ich mache mal Segeln. Damit wir das auch mal haben. Haben wir jetzt noch nicht gebraucht, weil... Wir haben hier nicht wirklich Nahrungsquellen. Hier haben wir eine. Und hier hätten wir... Das Problem ist, wir liegen nicht am Meer. Und können somit keine Einheiten dafür bauen. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Aber ich durfte nicht hier, weil man muss drei Geländefelder von einer anderen Hauptstadt einem anderen Zentrum wegliegen. Und leider Gottes 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ich hätte hier machen können. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich dann das Kupfer auch bekomme. Anscheinend schon hätte ich es besser gemacht. Jetzt ist es zu spät. Der Bautrupp ist schon wieder fertig. Die sind aber flott. Außenrum, ich wäre jetzt natürlich durch nur Bamba, aber ist mir schneller gegangen. Also es ist dann doch wieder Nonsens. Wenn es schneller geht, wieso sollte man das machen? Das ist ja idiotisch. So, Segeln haben wir dann auch gleich fertig. Können wir nämlich hier ein Schiffchen bauen? Möglich die Einrichtung als zusätzlich Handelswegs. Fischerboote bauen, Frachter, Trierer und Arbeitsboot. Ja, Böot. Ein Böot. Ein Böot. Segeln haben wir fertig. Au, nicht außenrum. Die Krieger machen sich mal, okay, ihr geht hier hin und ihr geht jetzt da hoch. Ihr macht ein Sägewerk und ihr geht nicht wirklich da lang, ihr bleibt da. Ollundi hat fertig. Große Mauer. Die sieht witzig aus. Auch ganz cool. Da ist Stonehenge und da ist die Pyramide und da ist die große Bibliothek. Hm. Haben wir sonst noch was gebaut? Da ist die Stadtmauer. Cool, oder? Das Spiel ist der Hammer. Da ist auch schon eine Stadtmauer. Wow. Hier nicht. Unglaublich. Ähm. Ah, so rake, das braucht zu viel. Dann machen wir den Kornspeicher. Und Optik. Was erlaubt uns Optik? Leuchtturm. Den großen Leuchtturm. Das ist ein Weltwunder. Und Wassern. Wir können endlich in diesem Gewässer, in diesem seichten, hellblauen Gewässer, können wir segeln. Hier nicht. Hier schon. Hier nicht. Hier schon. Hier nicht. Ozean. Küste schon. Ich weiß nicht, ob das dann immer alles Küste ist. Das hellblaue. Aber auf jeden Fall in diesem seichten. Ja, dann würde ich doch mal sagen, machen wir da schon. So. Genau. Hanoi wird angegriffen. Das tut mir echt leid für Hanoi. Ähm. Wenn der hier mal hier sieht man auch schon den Bau der Mauer. Schön, oder? Wenn die hier fertig sind, die machen, was da fällt und was da fällt und ich weiß nicht, ob da noch eins hier ist. Aber wenn nichts hier ist, dann könnte ich schon mal den Bau einer Straße anfangen. Ja. Pläne, die ich schon geschmiedet habe. Ähm. Der Speer kann noch mal zurück eigentlich. Joop. Joop, joop, joop. Joop, 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 joop. Der hier braucht auch noch ein bisschen. Edge abgehauen. So. Ähm. Niemand ist mit dem verbündet. Ich könnte dem jetzt Geld schenken, damit wir wieder mit ihm verbündet sind. Das mache ich auch. Und ich schenke ihm nicht so viel Geld, aber genug, dass wir noch mal für ein paar Runden verbündet sind. So. Welcher Bautrupp? Der Bautrupp. Und der Bautrupp. Okay, da werden wir dann Fallen stellen, um, ähm, Vieh zu haben. Wild. Entschuldigung. Nicht Vieh. Vieh war hier. Da war Vieh. So. Die Krieger werden dann hier oben mal ein bisschen aufräumen. Habe ich mir zumindest gedacht. Bitte warten. Ja, in dem Spiel muss man immer viel warten. Dank eurer Forschung verfügen alle in Zukunft ausgebildeten Militäreinheiten über die Beförderung Wasser und können so Gewässer überqueren. Die brabbeln mir alle in die Ohren. Also hier hat Samuel Butler irgendwas Schönes gesagt. Etwas richtig Inspirierendes. Und hier mein behinderter Wissenschaftsberater. Ich sag nicht behindert, weil er schwarz ist. Ich bin kein Rassist. Aber ich war gerade Kulturerfahren. Gott. Wir haben noch nicht Fallenstellen gemacht. Wisst ihr was? Da macht mir eine Runde. Upsi. Okay. Die Wassermühle ist fertig. Wir können alles etwas schneller bauen. Nicht sonderlich schnell. Aber schon mal Stadt bauen. Und wir sind überall gegriffen. Das ist sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Wunderbar. Wunderbar. Wenn wir Glück haben, können wir hier noch was wegnehmen. Und weil das hier, das ist sozusagen uns. Oh, 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 oh. Nachher kommt Washington wieder hört auf Land in unserer Nähe zu beanspruchen. Und dann sag ich es tut mir so leid. das wollte ich nicht. Aber in Wirklichkeit wollte ich das. Dieses Spiel macht einen zu einem richtig diabolischen Herrscher. Das ist krass. Nicht krass. Krass. Günther krass. Okay. Nächste Runde. Fallenstellen ist jetzt. Gut, da will das man näher schikaniert wird. Wer immer zu Salada. Fallenstellen. Wandervögel geraten nicht zweimal in die Gut. Und wir latschen da durch. Du stellst deine Falle. Du bist hier fertig. Kannst dann hier rüber. Und dann haben wir nochmal neue Forschung. Und zwar als nächstes würde ich gerne Währung machen. Wieso Währung? Ähm, jedes Gold und Silber vorkommen, das von dieser Stadt bewirtschaftet wird, produziert bloß zwei Gold. Zum Beispiel. Oder Markt. Merkt ihr die Menge an Gold, die eine Stadt produziert? Hm. Und aus Markt, oder Währung an sich, Petra ist nochmal ein Weltwunder, ähm, kann man Gilden machen. Gilden? Ja. Ostindien Kompanie benötigt einen Markt in allen Städten. Machu Bichu. Ähm, muss zwar in einem Gebirge gebaut werden, aber ist auch ein Weltwunder. die sind alles Weltwunder, nur so nebenbei. Handelsposten, das sind Geländefelder, die zu einem Handelsposten gemacht werden und die generieren Gold. Oder man kann auch seine Produktion einfach in Gold machen. Nur 25%, soweit ich weiß. Ähm, aber Gold ist Gold. Also machen wir denke ich Währung, um danach Gilden zu machen. Das ist, äh, so ein Plan. Ich weiß nicht, ob das da als Berg zählt, ansonsten klatsche ich mir in dieses Naturwunder einfach mal den Machu Picchu rein. Wenn nicht, dann 1, 2. So, dann klatsche ich mir da Machu Picchu rein. Das ist mir sowas von Latte. Meine Freunde, das ist mir sowas von Latte. Ähm, nächste Runde. Ich habe ja schon eine Botschaft bei denen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Gold. Oh, dann tut's mir leid. Hahaha. Ist schon witzig, ne? Ich werde ihm irgendwann auch mal die Botschaft da überlassen. Aber jetzt noch nicht. Ähm, was wollten die von mir? Einen Moment. Nobamba? Ne, 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 nicht Nobamba. Ähm, Chip. Hängende Gärten. Wo waren die? Hier waren die. Erfordert Tradition. Ich habe jetzt Tradition. Ich habe doch hier Tradition. Cool. Okay, aber ich wollte dann Ästhetik jetzt einführen. Jupp. Aber, erst mal, äh, Weideland. Die gehen weiter. Jetzt kann ich mal ganz kurz gucken. Dann kann ich ja rein theoretisch nach der Mauer hängende Gärten basteln. Und das Orakel und der große Leuchtturm. Man merkt, die normalen Gebäude leiden etwas drunter. Aber, es bringt verdammt viel Kultur. Und, das ist wichtig in meinen Augen. Ich bin der leise Keller mit Kultur. Ich töte mit Kultur. Ne, das ist, äh, eigentlich schon ganz schön krass, wie wahr es eigentlich ist. In Wirklichkeit ist ja unsere Kultur hauptsächlich von der USA beeinflusst. Ähm, die machen das richtig gut. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber die machen das klasse. So, Kiew müsste eigentlich den Rest hoffentlich machen. Ähm, dieser, so, so ein Kultursieg ist also nicht unbedingt unrealistisch. Sagen wir es so. Ja. Ähm, ja, wohin gehst du eigentlich jetzt? Hm, ich weiß wohin. Und du gehst hier hin. Und du wirst befördert. Das ist, ähm, offen. Unwegsam hart ist du schon. Schon, ja. Ach, greifen wir direkt weiter an. So schlimm war der Schaden jetzt nicht. Und wir sind stärker, also. Ähm, Kornspeicher beendet. Als nächstes ich würde gerne mh. Also die hängenden Gärten hätte ich schon gerne. Aber auch das Orakel. Terrakotta Milch wacht eigentlich schon darauf, dass irgendjemand anderes die macht. Das ist mir eigentlich sowas von egal. Ähm, ich bin nicht so der Militärtyp. Ikana. Jo. machen wir das mal. Ich denke, das ist in Ordnung. Ähm, hier der. Ja, das habe ich mir gedacht. Geht er jetzt hier hin, kann er demnächst wirklich eine Stadt bauen. Äh, eine Straße bauen, meine ich. Mach mal dann hier noch. Hier den, ne. Den hätte ich nämlich gerne da hoch geschickt. der hier wird dann nachher dann vom Speer so begleitet. Das habe ich mir gedacht. Ich werde wahrscheinlich eh mittendrin vergessen, dass die eine Straße anbauen sind, weil das machen die wirklich super selbstständig. Aber ja, normal müsste ich vorher gewarnt werden, weil, äh, plötzlich tauchen dann hier einfach mal Babarken auf. So, Scheiß. Ich könnte mich aber hier in die Mitte stellen. Rein theoretisch könnte ich das tun. Nächste Runde. So, ihr seid endlich da. Bedeutet, ich könnte jetzt in dieser, in dieser nächsten Runde, die ja jetzt gleich dann eben stattfindet. Oh, das ist kacke.